Thema dieses Films ist das Land Berlin. Es ist ein Stadtstaat, besteht also ausschließlich aus der Stadt Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Berlin liegt im Osten Deutschlands, knapp 70 Kilometer westlich der Grenze zu Polen. Der Stadtstaat ist mit 892 Quadratkilometern Fläche, das flächenmäßig drittkleinste deutsche Bundesland. Untertitelung des ZDF, 2020